Einen wunderschönen guten Morgen. Den Apple Pencil, den kann man für einzelne Eingaben überall in iPadOS benutzen. Alles was nicht Multitouch und was Gesten sind. Es ist grundsätzlich eine sehr viel spitzere Fingerspitze. Einige Apps, die eignen sich jedoch besonders gut für Apple Stift. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit habe ich mir davon heute mal einige dieser Anwendungen angeschaut.